So, und um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, bin ich dann auch Poldi in letzter Zeit öfter mal gesprungen. Ich finde, das tut ihm richtig gut, so im Ausgleich zur Dressur. Ich reite ihn ja, ich jetzt fasziniere, angeht, schwerpunktmäßige Dressur. Poldis Vermögen reicht einfach nur bis E. Ich bin ihn eine Zeit lang ja auch an Sterne geritten, aber er hat einfach aufgrund seines zu langen Kniebands, würde er dauerhaft dieser Belastung nicht standhalten können. Und deswegen springt er nur noch auf E-Niveau. Aber ich finde, das ist für ihn ein schöner Ausgleich. Und vor allem, als ich angefangen habe, hat er sich angestellt wie das letzte Pferd. Der ist immer links gelandet, obwohl ich rechts landen wollte. Also, das hat sich auch gut gezeigt, dass er das auch bitter nötig hat, um mal ein bisschen zu springen und die dicke Murmel ein bisschen in Gang zu kriegen. Weil am Anfang war das echt, da habe ich mir gedacht, wie bitte? Könnte ja nicht sein. Also, so einfache Basics, wie einfach auf der richtigen Hand landen, waren schon schwierig, würde ich sagen. Waren schon schwierig. Aber nachdem ich das Ganze dann erstmal in Ruhe wieder erneuert habe, sage ich jetzt mal, ging das dann auch wieder ohne Probleme. Da konnte man dann auch wieder auf der richtigen Hand landen. Aber es war schon ein bisschen eine schwere Geburt. Das Ganze dann auch auf der linken Hand. Ich hatte ja hier wie so einen riesigen Circle sozusagen mit den drei Hindernissen. Also zwei Kreuze und dieses kleine Cavaletti da hinten. Und ich finde halt, bei Poldi und mir ist die schwierigste Gangart in der Tressur, der ist ja auch links auch falsch gelandet, super, er kann auf beiden Händen falsch landen, ist der Galopp. Weil natürlich in der Tressur der Galopp ja doch sehr gesetzt und sehr versammelt erwartet wird. Und von daher tut es uns beiden einfach mal gut, einfach auch mal vorwärts zu reiten. Natürlich gehe ich mit Poldi auch regelmäßig ausreiten und da darf er auch vorwärts galoppieren. Aber ich sage mal, springen kommt ja der Tressur da doch näher, als am langen Zügel im Gelände rumzububbeln. Weil man hier ja auch Wendungen reitet und das Pferd auch gebogen und gestellt hat teilweise. Und von daher, ja, hat uns das ganz gut getan. Weil ich finde, hier so in der ersten Einheit schiebt da noch eine sehr ruhige Kugel und chillt da so ein bisschen sein Leben. Und in der zweiten Einheit, finde ich, sieht das Ganze dann schon wesentlich wie wach aus. Aber das seht ihr ja dann. So, ich bin das jetzt gefühlt zigtausend Mal gesprungen, bis es mir gefallen hat, also bis ich jetzt mal in der ganzen Runde geschafft habe, alle drei Sprünge passend anzureiten, ohne irgendwelche komischen Rips-Momente. Und man sieht hier eben auch in seiner Galopp-Qualität, das müsste einfach auch viel mehr vorne hochkommen. Da galoppiert irgendwie so ein bisschen in den Boden rein. Da müsste er einfach auch noch viel mehr hochkommen, sich viel mehr schließen lassen. Ich versuche es ja von hinten nach vorne ran zu treiben, aber ich lasse ihn natürlich im Springen auch ein bisschen länger als in der Tressur. Aber eine Versammlung sollte auch nicht über den Zügel erritten werden, geschweige denn eine Anlehnung. Von daher, ja, ist das keine Rechtfertigung für fehlende Versammlungen. Und jetzt habe ich, glaube ich, den ganzen Spaß einmal irgendwie zusammengesetzt. Ging jetzt hier los mit dem Ochsa. Und die erste Runde ging eigentlich voll gut los, bis auf, dass wir hier schön im Außen galopp durch die Wendung galoppiert sind. Aber hey, ich meine, ein Tressurpferd kann das schon. Und jetzt ist Monsieur auf die Idee gekommen, einmal groß aufs Klo zu müssen. Und ich dachte mir so, dein Ernst? Dann sind wir schon hier gefühlt so drüber gestolpert. Und dann habe ich durchpariert, weil, ja, da hatte ich jetzt keinen Bock, dass sich dann der ganze Parcours so ewig blöd weiterzieht, weil er irgendwie nicht in der Lage war, vorwärts zu laufen und zu kacken. Also haben wir dann einfach nochmal von vorne angefangen, weil das war ja irgendwie dann mehr so schlecht als recht. Und deswegen einfach nochmal Reset. Einmal wieder angefangen mit dem Ochsa. Der hat auch wieder gut geklappt. Ich habe immer das Gefühl, zu Ochsa finde ich immer tausendmal bessere Distanzen. Diesmal habe ich auch den Handgalopp gefunden, so zwei. Das ist ja schon ein Fortschritt. Jetzt kommt die Tonne, die drei. Danach ging es dann linksrum weiter. Ja, aber er ist halt irgendwie so sehr träge, ne? Also für mich ist das auch immer ein interessanter Ausgleich, so zwischen Quintino, Caspar, Kimi, dann mal Poldi. Weil Poldi musste halt echt treiben, 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 um den irgendwie in Gang zu halten. Aber so der Parcours hat mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen. Also da waren wir ja erstmal relativ sicher in den Distanzen und relativ passend erstmal. Hier kamen wir recht weit. Und jetzt den nächsten habe ich so ein bisschen versemmelt. Da hätte ich einfach eine Entscheidung treffen müssen. Da ist er dann sehr weit abgesprungen. War jetzt nicht schlimm, aber war auch nicht schön. Deswegen bin ich dann jetzt nach dem gelben Ochsa nochmal den grünen gegangen, um das einfach nochmal schöner zu machen. Weil das war so der einzige Parcours, der jetzt ein bisschen aus der Reihe geschlagen ist, sage ich jetzt mal. Der einfach so ein bisschen von der Distanz her sehr unglücklich getroffen war. Und deswegen wollte ich den dann nochmal richtig machen. Und diesmal habe ich ihn dann auch deutlich besser erwischt. Jetzt sind wir in der zweiten Einheit. Ihr seht da hinten schon drei Cavaletti. Denn in der Einheit ging es am Ende zwar auch um einen Parcours, aber da war auch eine Reihe mit drin. Und das finde ich immer super spannend. Vor allem für so einen Körperklaus wie Poldi, einfach ihn zu zwingen, seine Füße zu sortieren und zu koordinieren. Denn das fällt ihm gar nicht so leicht, obwohl er mittlerweile ist ja da drin natürlich Profi. Also als ich ihn ausgebildet habe, haben wir sehr viel sowas gemacht. Und deswegen macht er das mittlerweile, spult er das wirklich sehr, sehr brav ab. Aber ich finde das immer wieder wichtig, das auch zu wiederholen und immer wieder zu festigen. Weil Poldi wird aktuell einmal alle zwei Wochen oder so gesprungen. Dementsprechend, ja, schade das gar nicht. Wir sind jetzt hier nochmal das Kreuz gegangen, dass da nochmal richtig links landet. Und dann haben wir auch schon angefangen mit der Reihe. Erstmal nur die drei Cavaletti und hinten raus ein Kreuz. Ich musste erstmal so ein bisschen gucken, wie viel Grundtempo brauche ich so, um da gut durchzukommen. Weil hier war das Grundtempo so ein bisschen zu hoch. Und dann habe ich die Linie nicht schön getroffen. Da bin ich einfach zu sehr nach außen gekommen. Die Reihe war auf so einer leicht gebogenen Linie gebaut, um den Schwierigkeitsgraden noch ein bisschen anzuheben. Und da bin ich einfach nicht gut rumgekommen. Hätte ich mit dem äußeren Schenkel besser begrenzen müssen. Deswegen gleich nochmal mit dem Kreuz hinten drin und diesmal einfach eine bessere Linie wählen. Einfach so ein bisschen schöner rankommen. Und dann hat es auch besser gepasst. Ja, immer noch so ein bisschen viel. Ich hätte mir sogar ein bisschen mehr Zeit lassen können. Ich bin aber so ein bisschen sehr losgestaffelt. Klar, hinten raus für die zwei Galoppsprünge brauchte ich es auch. Aber vorne bei den Cavaletti hätte ich mir ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen können. Dass er jetzt am Ende falsch gelandet ist, war natürlich jetzt nicht ideal. Aber war jetzt für mich auch erstmal nicht so der Hauptfokus, wo ich gesagt habe, das darf auf gar keinen Fall passieren. Ich bin jetzt, glaube ich, jetzt nochmal mit einem kleinen Steilsprung gesprungen. Jetzt habe ich es hier relativ gut getroffen. Das hat jetzt gut gepasst. Und dann kam ich auch gut wieder hinten raus. Und diesmal ist er dann auch richtig gelandet. So, jetzt haben wir den Steilsprung ein bisschen höher gemacht. Irgendwann bin ich mal voll weit reingekommen. Kommt, glaube ich, noch. Aber jetzt habe ich zumindest hier langsam wirklich Sicherheit in der Linie. Kam hier immer gut auf dieser gebogenen Linie raus. Kam immer gut passend rein. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Jetzt haben wir noch einen kleinen Millitick höher gemacht. Also wir hatten echt am Anfang angefangen mit so einem 50-Zentimeter-Steilsprung. Und am Ende waren wir, glaube ich, dann mit Oxa-Stange hinten drin bei 85 Zentimeter. Also bei E-Höhe. Ich glaube, jetzt kommt das, wo ich so ein bisschen weit reinkam. Aber Paul, die hat das sehr elegant gerettet. Ja, das war so ein bisschen, bisschen weit. Aber gar nicht schlimm. Und jetzt dann nochmal mit Oxa. Und dann haben wir das Ganze auch als ganzen Parcours zusammengesetzt. Also nicht mehr nur die Reihe, sondern dann die ganzen anderen Hindernisse auch noch mit. Ging jetzt hier eben los mit der Reihe. Eins, zwei, drei und Oxa. Dann kam jetzt hier die Tonne, glaube ich, als nächstes. Ja. Und nach der Tonne ging es rechtsrum weiter. Und in der ersten Parcours wieder so ein bisschen dicht dran geritten. Das ist ja eh immer so mein Lieblingsmetier. Überall noch ein Meer reiten, überall dicht dran. Und da muss ich mich immer zwingen. Einfach so ein bisschen schönere Sprünge vorzugeben. Also so ein bisschen schönere Distanzen vorzugeben, dass die Chance da ist, auf den Rücken aufzuwölben. Jetzt kam hier noch die gebogene Linie Oxa-Oxa. Das hat jetzt mit dem Handgelopp auf jeden Fall alles schon viel, viel besser geklappt. Also da ist ja wesentlich viel sicherer gelandet. Aber es war halt alles wieder so sehr dicht dran gedrückt. Und als letztes kam jetzt nochmal die Tonne in die andere Richtung. Und deswegen habe ich danach dann nochmal den gleichen Parcours gemacht. Ich habe es jetzt auch nicht höher oder irgendwie so gemacht, sondern ich wollte einmal nur nochmal gucken, dass ich mich so ein bisschen bemühe, wieder ein bisschen mutiger zu reiten, so ein bisschen schönere Distanzen zu finden. Ihn nicht immer so nah daran zu stöpseln, sondern einfach so ein bisschen passendere Distanzen zu finden. Weil auch jetzt hier der Letzte, das war halt alles wieder sehr dicht dran gedrückt. Und deswegen einfach nochmal Neustart und einfach nochmal von vorne begonnen. Und diese Runde, die gefällt mir jetzt wirklich sehr gut. Da muss ich sagen, habe ich wirklich von vorne bis hinten schöne Distanzen gefunden, das passend lösen können, alles auch im Handgelopp. Also das hat mir jetzt wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es war eine sehr, sehr schöne Runde. Und damit konnte man auch gut abschließen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, euch mal wieder so ein bisschen mitzunehmen, wie ich Polly so ein bisschen springe. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr regelmäßig springt. Ich finde, das ist echt eine schöne Sache. Also es ist ein schöner Ausgleich. Ihr habt ja auch gesehen, dass ich hier locker unseren Scheierhengst letztens gesprungen bin. Und ich finde, springen muss ja nicht gleich Leistungssport sein, sondern kann halt auch mal süße kleine Hüpferle sein. Und ja, deswegen mache ich das eigentlich mit allem entfernen. Gut, ich bin aber auch schwerpunktmäßig Springreiter. Deutsch ist schon schwer. Schwere Sprache, würde ich sagen. So, jetzt kann ich noch einmal die Tonne zurück. Und dann war es das auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Ansonsten wünsche ich euch jetzt dann noch einen sehr schönen Sonntag. Ich hoffe, es ist sehr sonnig bei euch. Und das war's. Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020